So, herzlich willkommen zurück zu Far Cry Nummer 4. Ähm, wir haben... Oder beziehungsweise, ich hab ja letzte Folge gesagt, wir gehen mal da zu diesem Stern. Das machen wir nicht, das ist nämlich die Mission Blutrubin. Die machen wir erstmal nicht. Sondern wir fahren mal zu Longinus. Zu dem Kumpel müssen wir auch noch. Ja, man merkt definitiv, das ist ein LKW. Der steuert sich sehr gut. Boah. So. Ach ja, ach ja. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir am Ende, wenn wir... Boah. Nein. Glück gehabt. Ähm, dass ich... Ich hab das Gefühl, dass wir uns am Ende irgendwie entscheiden müssen, ob wir dem, ob wir wieder Kühler befreien. Beziehungsweise so das eigentlich, was wir jetzt machen. Dass wir das komplett befreien oder uns Pargamin anschließen. Und denen ist auch egal, ob wir wissen, dass... Kopfschuss. Komm, den einen kriegt ihr doch wohl noch. Gott, das war ja so schlecht geschossen. Ein ganzes Magazin. Ein ganzes Magazin für nichts. Komm, 150 Meter, die laufen wir. Hei, hei. Nein. Das gibt's nicht. Wieder weg. Dricksvieh von Adler. Geben wir in die Federn her. Vogel. Nein. Ahaha. Ich hasse es immer noch, wenn man da nicht hochkommt. Das war bei... Das war mir schon bei Fuckright Reihenauge und es wird mir auch immer im Auge bleiben. Longinus. Unserer Bruder. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal des Todes. Fürchte ich nichts Böses. Denn du bist bei mir. Soln. 23, Vers 4. Wie schön, dich zu sehen, AJ. Willst du Gottes Werk verrichten? Ich schätze schon. Ich muss dir etwas gestehen, AJ. Du lootest. Ich fürchte Böses. Nicht Böses von anderen Menschen. Denn damit kann ich schon umgehen. Nein. Es ist das Böse in mir selbst, das ich fürchte. Erinnerst du dich an meine Sünden? Das grausige Geschäft, von dem ich sprach. Du meinst die Diamanten, oder? Ja. Und das Blut des Lams wäscht alle Sünden fort. Doch um mich vollständig zu läutern, muss ich aufrichtig bereuen und Buße tun. Es gibt mehr dieser Sünden, den Gerhard. Und wir müssen sie aufspüren. Findet zuerst ein verlorenes Schaf. Folge ihm, bis zu einem Gewölbe. Bring mir, was du darin findest. Verstanden. Und er ruft seine Freunde und Nachbarn herbei und spricht. Freut euch mit mir, denn ich fand mein verlorenes Schaf. Ich habe gerade gemerkt, dass das Spiel viel zu laut ist. Ich hoffe, es hat nicht gestört in der letzten Aufnahme. Eine kurze Jagd. Und wie wir uns kennen, kurze Jagd in Far Cry, kann man knicken. Oh, das hat aber gestürzt gut abgedämpft. Ah, die Brücke. Ist zwar eine Fußgängerbrücke, aber wen interessiert's? Äh, hallo? Oh, ha! Ih! Verfolge den Schmuggler. Sein Ziel, ohne bemerkt zu werden. Ach nee, da lang. Ja, laufen oder eher nicht so. Töte das Ziel. Nimm seinen Schlüssel für deinen Blutdiamant. Erinnert mich jetzt an die Mission Blutrubin? Äh, was mach ich denn da? Hoppla. Ja, wenn man so eine Woche ein Spiel lang nicht gespielt hat, dann ist das schon ein bisschen komisch. Ach so. Da oben ist er. Oh, das mit dem Kletterhaken. Ich find das so geil. Sehr nice gemacht. Der ist im Auto unterwegs, ne? Ja. Ihr seht mich nicht. Ich bin weg. So, langsam hinterherfahren. Schön langsam hinterherfahren. Das dürfen wir uns nicht bemerken. Ein bisschen zu schnell. Gott, das ruckelt wieder. Da rennt ein Tiger. Der Schmuggler ist zu weit entfernt. Okay. Dann hol ich mir den guten mal schnell ein. Ich will halt nicht zu nah ran. Weißt du? Töte den Schmuggler. Meine. Der Ruckelt. Der Schmuggler. Der Schmuggler. Der Schmuggler. Ja. Das ist das. Jetzt dr Tasche. Das ist das tatsächlich sehr barrack. Ha! Nein! Nein! Wo ist er? Hüäh! So. Ha! Heiß. Und jetzt da rein, oh toll. Ja gut, da muss ich hier runter. Keine Wahl. Huch! Grafikfehler. Oder? Ne. Ne. Ne, ist eine rote Haube ohne Textur. So, das ging eigentlich recht schnell jetzt, dank der Granaten. Dann besuchen wir mal. Nachdem wir gelootet haben. Alles mitnehmen. Alles. Far Cry 4 ist teuer. Äh, da lang. Oh, Munition. Gebäude. Bäh. Geldbeutel voll. Entweder brauchen wir einen größeren, oder wir müssen Geld ausgeben. Schade. Blutdiamond. Nichts wie raus. Ich will da nicht. Ich will da nicht. Die erwarten mich da draußen. Eine Granate zur Begrüßung. Ich will da nicht. Ich will da nicht. Ich will da nicht. Ich will da nicht. Jawoll. Gut, Granaten haben wir nicht mehr. Schaut alles ab. Ja. Ach. Und weg Hui Was macht denn der Kollege hier? Nichts wie raus hier Bring den Blutdiamant zum Übergabepunkt 500 Meter Da lang Ja laufen oder fahren Aber jetzt kein Fahrzeug Nein ich bin Tschüss Ich bin weg Ich bin weg Ich bin weg Bisschen schwimmen Keine Haie oder sowas Sieht gut aus Na komm schwimmen schneller Wehe jetzt greift irgendwas an ey Flippig aus Ah wunderbar Nichts wie hoch So Ein paar grüne Pflanzen Die Spritze gleich hergestellt Wunderbar Oh hier ist ein Schatz Den nehmen wir noch gleich mit Oh Hammer 820 Meter Komm das laufen jetzt auch noch Was soll's Coole Insel übrigens Wir nehmen jetzt einen zivilisierten Weg Gibt es eigentlich eine Statistiken wie Oh da ist so eine Trommel So eine Wee Weißt du so Bitchlab und dann hast du es Da Oh geil Geld Lesen Entschuldigung Äh Seit Sattisch und seine Männer die Insel im See übernommen haben Fürchte ich dass meine Zeit hier am Garten vorüber ist Das gehört jetzt zu den Plur Zu den Plurs Männern Und hat den Familienname Nath verraten Nath Geiler Name Ich werde in Banapur Zuflucht suchen Wo ich mein Lebenswerk vorsetzen kann Ohne in ständiger Todesangst zu leben Bitte bringt eure Verstorbenen nicht Mehr zu diesem Grab Ja mal schauen Wow Naja gut Was soll's So da ist der Übergabeort Und wie schön dass hier ein Quad ist Warum nicht da hinten Gut da war ein Auto Ich geb's zu Darin Eine kurze Jagd Beendet Und da liegt recht so ein scheiß Zettel wieder Ich hasse das Sabayits Versteck Also wenn ich den Namen falsch ausspreche Tut mir echt leid Sabayit hält mich für dumm Aber ich weiß von den kleinen Höhen hinter seinem Haus Wo er sein Geld versteckt Geld Sabayit glaubt nur weil er seinen scheiß gebrannten Und seine Royal Amy Idioten Auf der Insel gibt's Sicher Sabayit Boote raus Feuchtes Grab Das hört sich Politisch korrekt an Oh geil Oh kaputt So äh Mach ich Folgen Cut Oder mach ich keinen Folgen Cut Ich weiß nicht Neue Longinus Aufgabe verfügbar Egal Pflanze Ah Oh das sieht einfach geil aus Ist das der höchste Punkt Ey Happy New Year Ach wie geil Die Wellen Ich öffne mal einen Stein Plupp Aber der bringt nicht ganz so viel Ne Äh Was ist das denn Riesentigerfisch Aber damit kann ich leider noch nichts anfangen Haben wir vielleicht hier noch einen Vielleicht lassen die sich mit den Steinen anlocken Ich warte mal Hallo Kommt da noch Einer Ah Eher nicht so ne Na gut Ähm Ja ich mach mal einen Folgen Cut Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Far Cry 4 Oh da ist ein Händler da können wir mal Munition noch kaufen Wir sind die Folge noch in die Länge strecken Hey Kollege Ja dann Du kannst bitte was Äh Munition nachfüllen Kaufen und anpassen Unser Portemonnaie ist fast voll Von daher kaufe ich erstmal nichts Ich kaufe mir erstmal einen Panzer Äh können wir Können wir hier Können wir Die haben wir schon eigentlich so weit ausgerüstet wie möglich Läufe unterstützt das gute Stück nicht Haben wir irgendwelche Visiere noch Nein Äh Was können wir uns denn sonst noch kaufen Die Schrotflinte STG Das Scharfschützengewehr Können wir aber nicht ausrüsten Dafür brauchen wir einen neuen Waffengurt Eine RPG können wir uns direkt kaufen Geil Ja Ein Bogen Den will ich noch Den hole ich mir auf alle Fälle noch Visiere haben wir für den Mh Näh Gut Lassen wir mal Gut Bitteschön So wir sehen uns dann mal in der nächsten Folge von Far Cry 4 Da hatten wir ein paar Wassereffekte zum Spielen Wir haben den Drogenhündler erledigt Und noch eine Rubin gesammelt Ne Er blut Diamant Das war das Und da gaffen die Leute vor der Höhe und erwarten uns nur noch Aber gut dass wir Granaten dabei hatten Konnten wir die Leute schön ausräuchern Gut Dem einen habe ich einen Headshot verpasst Was soll's Aber Hm Hätte noch ein Fahrzeug in der Nähe sein müssen Dass man schnell zum Übergabeort kommt Anstatt da Über das Wasser Über die Insel Und dann darüber Das ist Näh Gibt bessere Wege Denk ich mal Gibt's 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 Awesome.